recht herzlich willkommen zur folge nummer 16 vom minecraft zusammenspiel not ist schon nicht mehr glaube gegeben wir legen uns mal hin weil er gerade den sonnenuntergang vielleicht noch gesehen habt schlafen erst eine runde not ist aus weil unser dritter mitspieler meldet sich in keinster weise mehr und wenn er sich nicht meldet was soll man dann tun gut da können wir nur einfach sagen gut werden die notfolge genau so kann man nicht setzen und die notfolge wird dann unser ganz normales spiel jetzt in zukunft und fertig mir heißt es ja auch schon Minecraft together also damit ihr dann bescheid wisst wenn ihr uns zuschaut und meint irgendwas läuft falsch nein es läuft nichts falsch es ist alles richtig ich will mal noch den komischen skin so ich wollte wir wollten den keller machen den keller machen ich bin schon am graben ja da war einer zu viel die treppe wollte nur von ganz oben ich habe jetzt nur gerade mal sand erst weg gemacht oder mache gerade und ja du könntest vielleicht oben mit dem holz weitermachen bist du schon bei wunderbar gut dann machst du die treppenstufen oder hast du ich habe noch elf stück sehe ich gerade ich sehe ich habe elf stück das heißt ich kann sie auch setzen ich habe keine das heißt ich kann sie nicht setzen ja ich habe aber holz das heißt ich kann die front hier zu machen da fehlt ein stein machen wir einen stein rein und stein rein von hier innen muss das nicht so schön aussehen da fehlt auch noch einer so jetzt passt es oder treffe ist gut wenn du auseinander gerissen genau da haben wir schon was gemacht genau da muss auch noch ein steinchen hingehe ich mal rein und bau von innen weiter erst mal zu interessant kannst du mal reingucken hier in dem ersten raum den wir da jetzt haben wir ob wir das mit der fackel so lassen wollen hat auch was ne ja von außen erkennt man es nicht ach doch hier oben die steine ach die kommen ja nachher weg ja okay die kommen ja dann auch weg stimmt ja dann so hat sich das ja übrigt jetzt ist dunkel herr und ich auch gerade sagen müssen wir gucken hat keine fackeln mehr doch da ich kriege ich kann sagen ich hab dir nicht jetzt nicht aufgesammelt es ging ja nicht es sind nicht die reine lüte so jetzt geht's oder 2 der läuft mehr meine zu dingens in die waffe rein kann das sein ich musste halt vorbei so und da unten ist ein keller oder was haben wir noch nicht ausgehört haben wir schon mal irgendwas auch abgebaut oder was ne ich weiß gar nicht mehr war da ja da war kohle glaube ich war kohle ne oder eisen eins von beidem ok das ist die frage wir haben die räume jetzt nur noch vier tief wollen also wieder fünf tief machen das heißt hinten auch einen wieder abbauen weiß ich nicht muss gleich mal grad gucken fünf mal fünf machen wir sie schon ne sonst sehen sie so klein aus ja da hast du recht oh einer zu viel gott der erste raum ist fertig die kann so bleiben mhm türklinke aufgemacht die muss noch weg ist also kaputt gemacht naja genau ich bin schuld ist klar ja du bist schuld wer denn sonst ok der raum ist auch fertig oder ja warte hier ist an der seite einer da ja sieht so auf der anderen seite aus ok da ist passend mit druckplatte zum tür auf und zu machen das ist auch schön da ist noch einer zwischen sollte man im flur jetzt auch druckplatten machen kann mir erstmal sein lassen denke ich gut jetzt haben wir einen vernünftigen aufgang oder hier oben können wir mal irgendwann dann steine machen oder sieht ein bisschen schicker aus denke ich mal oder ja hat aber zeit hat zeit sehe ich auch so so dann haben wir unseren kellerraum gemacht da ist lagertechnisch ne oder du wolltest schilder machen oder das könnte sein meinst du wir brauchen ja unten so viele fackeln ist der sauerstoff nachher so knapp gut keller ist erledigt für das erste ist ja noch ausbaufähig obwohl ne die lasse ich da da sieht gut aus das heißt die kommt da hin zwischen den türen eine reicht doch oder oder über die türen drüber ne das finde ich doof also in der höhe finde ich schon passend wie die vorderen hier aber ich denke mal wenn du hier mittig einen zwischen den türen machst dann würde das wahrscheinlich reichen denke ich mal hier kannst du erstmal hinten an der aua ja du läufst mir mal mit dem werkzeug hier können wir hinten in der wand einen rein machen oder erst mal welche machen zum schluss damit wir wissen das Ende genau die denke ich mal machen wir weg ich dachte an der Tür sollen welche sein ne ich dachte zwischen den türen habe ich gesagt wie es jetzt ist oder meint es zu wenig ne ich glaube es geht man sieht noch was mit dem shader warte ne ich hab doch die Sachen alles im Inventar so muss ich nicht oder ich hab noch Stock so das hier war unser Craftingkeller wenn ich mich richtig erinnere ja der erste rechts wollten wir sowas machen ne die Kisten müssen da hin zack zack 3,4,5 hier muss das Feuer hin da ist die Werkbank da muss die Werkbank hin allerdings da vielleicht besser Druckplatten hatte ich auch noch ich hab auch schon Schilder gemacht sehe ich gerade ja so ist glaubt gut aber einmal muss ich noch machen aber ich will oder nicht weil ein einzelnes kriegt man nicht gibt es eigentlich ein Item wenn man so macht nein ok so Keller ist dann soweit ne ja muss man noch Kisten reinstellen dann ne und Schilder machen aber die können wir jetzt ja nicht so einen Gang schlagen weil das sieht so doof aus ja da ist keine Mitte da machen wir hier von die Tür ja das können wir ja machen genau rechts neben mir in der Tür machen wir das und gut ist oder ja ich muss auch schreiben können ja mal schreib's denn drauf schönes siehst du gleich ja ja ach das geht ja nicht tiefer setzen egal lass nicht so ja Kunst und Werkraum wow ok solche guten Begriffe ok und links kommen die Materialien für den Kunst und Werkraum rein also Holz Knochen Stein Marmor wollen wir dann vielleicht die beiden Räume hier einmachen da können wir dann Lager einmachen die linken die linken und wir können aber auch die linken Räume zwei Lagerräume raus machen und das ein bisschen trennen dann oder wie Rabaldorf irgendwie ok links könnte man sozusagen hier das was man wirklich braucht zum zum was craften hier in diesem ersten Raum und den hinteren dann mehr so wie weiß ich nicht hier diese Spinnenaugen und solche Sachen oder ok das ist doch nicht so ähm Kunst und wie hast du es geschrieben Kunst und Werklager schreibst du da vielleicht hin und Kunst und Werklager oder mhm und die anderen beiden hinteren Räume machen wir dann Sachen rein wo wir nicht so häufig irgendwie was mit craften müssen oder mhm und machen wir doch immer rechts daneben oder sieht doch schicker aus oder nicht ach jetzt hast du es beides mal so gemacht naja dann lass es so dann ist es immer halt Oh Rechtschreibung Kunst und Werklager genau hier sonstiges Lager oder weiß ich und äh hier links Sachen die keine die keine finden Sachen die keine finden sehr schönes Deutsch keine Benutzung finden ach Benutzung fehlt da irgendwie ja bei mir ist das auch so komisch dann schreib doch nochmal Ok Sachen die keine Benutzung finden ja gut jetzt bei mir wird das immer noch so komisch geschrieben ist bei dir da Sachen die keine finden steht da immer noch schreib doch nicht aus da mag er Benutzung nicht vielleicht mögen sie es nicht wenn sie benutzt werden Ok gut dann sind wir unten erstmal so weit durch denke ich mal gucken wir mal raus oh die Sonne ist auch schon wieder auf dem Weg können wir gleich uns wieder ins Bett legen und hier rechts was sollte rechts sein äh ja da sind so Sachen die man ja keine Ahnung wo also Werkraum gegenüber halt Holz und sowas wo was rauskraften oder Eisen Holz und sowas kommen jetzt mal ins Bett und äh in dem anderen denke ich mal dann Sachen die man nicht so braucht wie wie so ein Ding ich kann das nicht ich kann nur nachts schlafen ja stimmt noch so ist doch noch ja es kann sich nur noch um Sekunden handeln wenn der Shader ausgeht also wenn der Shader nicht mehr aktiviert ist dann ist Sonne weg ok kann man schlafen gehen du kannst nur nachts schlafen du kannst nur nachts schlafen jetzt kann ich schlafen ok dann passt das mit dem Shader noch nicht so ganz ne ist noch ein bisschen ah bin ich doof so ich lieg schon ich hab meinen Schild hingesetzt ok ja also in dem Gegenüberraum wie gesagt da äh solche Sachen wie keine Ahnung Holz Eisen vom Werkraum direkt gegenüber ne also Kunst und Berglager also und äh da hinten Sachen die unnötig sind so wie Spinnenaugen oder sowas ne mhm und hier in diesen Raum Erze ETC Erze ja Kohle Eisen sowas halt mhm wie sagt man dann sowas wie ein Steinlager ne Stein und Erzlager vielleicht da kann dann Kies rein da kann Dingens rein ah Kohle hm was hast du gesagt Stein und Erzlager hatte ich gesagt der schläft mit der Wand vorm Kopf ja Erzlager schreibt man zusammen oh da muss ich nochmal alles weg machen schreib ist nicht so meins ja Stein und Erzlager genau so und Sachen die unnötig sind und dann bauen wir weiter irgendwann aus so und dann müssen wir jetzt erstmal Kisten machen denk ich oder mhm äh da ist ne Bergbank tja ich hab nicht genug Holz dabei so wie ich das grad sehe muss ich erst Holz holen gehen so Materialien die noch benutzt werden heißt jetzt die Truhe im Werkraum das heißt ich wollte nur die Tür auch machen also Materialien die nicht also die warte ich muss nochmal lesen ich hab das nicht gemerkt ok ähm Materialien die noch benutzt werden so heißt das mhm das heißt wenn man zum Beispiel irgendwas machen möchte dass man die Sachen dann nicht also dass man die Sachen reintut wenn man noch nicht davon alles hat dass das nicht verbaut wird ja oder anders benutzt wird beim Stein und Erzlager meinst du jetzt oder wo nein nein in Dings neben anderen haben wir schon Schweine mhm ne ich glaube nicht oder oder doch doch eins dann schiebe ich mal das andere vorsichtig hin du rennst jetzt nicht weg nein doofe Schwein äh oder n naja ok ha es ist schon in der Schleuse drunter ne du kommst hier nicht mehr raus mit gehangen mit gefangen ja das mit den Kisten bauen ist glaube ich schwer für mich nein nein zu deinem Freund so wir haben zwei Schweine geht das nochmal ach ne Kühe Kühe gehen mit tja mein Inventar ist so voll hm dass ich nichts mehr mitnehmen kann oh Repopulation das Weizenfeld das tut sich auch schwer so so das alte Weizenfeld kann man das eigentlich abbauen keine Ahnung weiß ich nicht wir haben hier wir haben hier Eisen äh Eisen genau Erde drinnen so jetzt komm ich hier nicht rein so jetzt bin ich dran was ist hier drinnen was ist hier drinnen hm hm so deine Ecke fehlt mir jetzt noch ne Kiste naja die kann ich ja noch bauen ne kann ich auch grad eine machen zwei oder Kisten ja wo bist du ich bin oben also ich hab jetzt nur hier einen Raum neu eingerichtet in Anführungsstrichen den ersten na komm ich mach zwei Kisten der Füße ja guck dir das mal an genau da sind doch schon genug Kisten hab ich doch schon hingebaut gerade hier war nur eine ja ne das ist nur der Bergraum achso hier soll nix hin meinste nur die eine Kiste und die Bergbank noch paar andere Sachen die man zum Beispiel nachher braucht aber das mit den Bergbänken können wir so lassen und die Kisten da auch ja dann können wir die Kisten auch hinten an der Wand stellen oder das kann auch so sein Material die noch werden steht da da kannst du benutzt nicht lesen Augen aufmachen aber das geht das ist egal so Material die noch werden müssen ne genau hast du eine Werkbank mit ne ne die sind hier alle im Kunstwerkraum ich hab auch hast du noch machst du jetzt Kisten oder was ich wollte noch ein paar Kisten bauen ja ja jetzt traut er mir noch mein Holz ich wollte auch jetzt ne Kiste machen ach quatsch das ja ist schon alles ok hast du jetzt alles kaputt gemacht ne ja gleich setze die wieder an die alte Stelle ich sag's doch ach ach jetzt ist aber irgendwas durcheinander gleich was machst du jetzt so ich will die Kiste woanders hinstellen ich will die da hinstellen so so find ich schick da meinst du wir machen wir das die Fackel passt ja ich kann nix sehen weil immer dieser ja so ist gut oder ja warte dann dieser unter dem Helm denn dann kann ich wenn ich da gucke dann seh ich das Gesicht so jetzt machen wir nochmal Kisten oder nicht ach ne das ist der kunstwerkraum oh Gott das war der falsche Raum ja hab schon genug Kisten eigentlich ich kann noch 8 Stück machen ich glaub auch 8 Stück gerade aber ich glaube wir haben ja auch gar kein Problem wenn wir ein paar mehr haben oder ne wir brauchen noch ein paar glaube ich wir machen erstmal das Steinlager weil das wichtiger ist hast du da genug Kisten für den Raum oder nicht äh mir fehlen 1 2 4 Stück noch 3 4 5 6 fehlen ja an die Wand sind auch noch eine in der Mitte eine dann genau und darf auch gut geht hier hinten auch noch eine ne das will er nicht ne ne weil das sind 3 Kisten 5er Kiste wär insgesamt ok mehr hab ich jetzt nicht für irgendwelche Sachen haben wir dann auch noch was jetzt kommt's ich find der Spaß verderber was denn Volk ist vorbei holst du jetzt hier irgendwelche Schilder noch aufstellen nächste Folge ich hab noch eins ähm ich räume jetzt erstmal hier was aus mein Ding ins raus Sand gehört der auch da rein zu den Steinen und Erzen ja ja kann man ein machen ist ja aus Steinen gemacht ja mhm 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 so Treppenstufen kommen auch rein so mhm warte kann man das das interessiert mich jetzt ob man das auch so machen kann starten und noch mehr Kohle läuft auch unter Erze ja so dann hab ich jetzt erstmal aus meinem Inventar einiges rausgemacht geht das ja es geht einigermaßen was hältst du davon warte mal ich hab jetzt hier Sand und Kohle reingemacht wir haben ja einige Kisten mehr dann machen wir hier in diese Kiste rechts nur Steine rein was hältst du davon ähm links ist schon eine aber Stein und mehr und mehr ja dann müsstest du jetzt alles rüber schaffen oder schon dabei dabei was ist der Klotz da gut dann tue ich hier Sand rein machen wir die Kiste nur Sand rein okay Sand reicht eine kleine Kiste dann für Kohle nur Kohle oder ich würde sagen Sand machen wir eine kleine Kiste Sand und Kies kann da rein mh oder mh ja kann man machen warte 1 2 3 4 und da ok das das mach ich so so viele Fackeln muss man hier so viele Fackeln haben ich glaube noch nicht mal ne doch lass mal ich würde Sven so machen gerne sieht ein bisschen schicker aus so und noch so ne die mach ich auch noch weg da hin und da hin die Schilder schön alle außen okay ja schön alle außen schlagen Stein und noch mehr hier Sand und Kies ja in der kleinen Kiste Kohle haben wir schon drin ein paar hab ich da reingelegt so und da hier Erze drin sind die muss man ja auch kochen wo man leckeren Eintopf kriegt oh kommen wir Öfen rein ich dachte das machen wir alles im Werkraum vorne dann ne das wäre umständlich ok ähm oh ich finde die Öfen nicht 29 ist ok denke ich oder gut prima ich geh mal nach oben gucken ob die Sonne scheint ne ja die Sonne geht auch schon wieder unter ah ich hab schon wieder eine Fackel gesetzt du glaubst es doch nicht ok Sonne geht unter kommst du zum schlafen und ich glaube wir können dann auch ne ja warte die Folge langsam beenden wir sind nämlich schon mit Überlänge ja ich weiß hab ich grad auch gesagt was mir wahrscheinlich wieder nicht zu gehört ne genau war klar ok wo ist er hier bin ich du kannst nur nachts schlafen dann beenden wir die Folge und schlafen morgen nein jetzt schlafen jetzt gut ok dann würde ich sagen recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und wir würden uns freuen wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss 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 Vielen Dank.